Beim letzten Mal. Ari war nun schon seit Wochen verschwunden und es fiel den anderen schwer, ihre Spur aufzunehmen. Als sie eines der anderen Dörfer erreichten, erfuhren sie, dass Ari dort niemals angekommen war. Stattdessen ging es den Leuten hier viel schlechter als allgemein angenommen ward. Eine Seuche hatte sich ausgebreitet. Als Ari und ich hierher kamen, um uns ein Bild über die Not der Menschen zu machen, gerieten wir plötzlich in einen Hinterhalt und wurden von einer Bande Soldaten entführt. Die haben uns zu einer alten Burg auf der anderen Seite des Flusses gebracht und dort in einen Kerker geworfen. Nach einem Verhör konnte ich fliehen, aber Ari musste ich schweren Herzens zurücklassen. Oha. Oh, Pilgrim kann wieder eine Bombe legen. Das hoffe ich für dich, Pilgrim. Leg du da mal was Schönes rein, Pilgrim. Bats! Ja, das hat gut reingehauen. Aha. Oha. Ja, doch, ich gönne mir, glaube ich, die Truppen. Falls ich danach nochmal mehr kaufen kann. Also wenn das die einzigen Truppen sind, die ich kriege, dann würde ich nochmal überlegen... Oh ja, Dario ist ziemlich... Ja, damit werde ich fertig, aber trotzdem nicht ohne. So, ja. Der ist weg. Oha. Das ist nicht schlecht, was die hier auffahren. Ihr hackt den Baum weiter ein und... Äh, ich gönne mir noch einen Leibeigenen, der hier unten mal mithilft. Ich muss die an jedem Kreis irgendwie verteidigen. Aber nochmal, ich stelle ihn mal hier hin. Und Tribute. Engagiert für tausendtale Bogenschützer aus Dario. Also ich würde sagen... Bats! Ja, vielen Dank. Hier ist wie versprochen die Verstärkung. Das hätte ich mir vorstellen können. Die Männer werden stets Herrn Dario folgen. Viel Erfolg. Ja, ich... Ich weiß doch, ich habe leicht das Spiel kaputt gemacht dadurch. Äh... Hier ist wie versprochen die Verstärkung. Ja, okay. Das hat kein Mensch gesehen. So. Dann hätte ich die schon mal. Ich hoffe, ich kann danach... Nee, kann ich nicht. Ah, das sind schon ein paar. Ich weiß nicht, vielleicht... Wow! What the fuck? Was sind das denn für Kanonen? Sind das... Sind das diese Eisenkauern? Also diese... Nee, Eisen... Eisen? Eisen sind das nicht. Das sind die großen Gegeneinheiten, ne? Ich rekrutiere die nie. Wenn, dann rekrutiere ich mal die Belagerungskanonen. So, die können hier schon einen hinbauen oder so? Nee. Ich warte da nochmal. Ich bin ja... Soll ich auch mal irgendwann reparieren. Falls ihr das nicht wisst, ich bin ein ziemlicher Ästhetiker. Oh, Junge ist das. Darunter habe ich mir... Ich habe mir jetzt nicht vorgestellt, dass das sowas wird. Ja. Pff. Locker! Locker. Was sind das denn? Sind das Bestat oder Langschwertkämpfer? Das sind Langschwertkämpfer. Ah, hätte das sein können. Boah. Locker. Dann renne ich da... Nee, da renne ich nicht rein, oder? So, die sind doch gleich fertig. Dann hätte ich hier... Also ein Ballistatum habe ich ja schon mal. Äh, die Kanone sollte sich mal verpissen davon. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Das ist eine kleine Enge hier. Wie? Stellt euch mal ein bisschen weiter nach vorne. Oha. Ja, aber damit werde ich auf jeden Fall fertig mit denen. So, muss ich mal gucken, wie ich da dann hier noch in den Ballistatum reinquetsche. Ja, perfekt. Den baut ihr da hin. Habe ich nämlich dieses kleine, schöne Stückchen Land für mich. So, und... Ähm, was brauche ich denn für... Ah, da brauche ich Schwefel für, ne? Ah, der Kerl ist schlau. Der Kerl ist schlau. 2000 Taler für 1000 waren es, ne? Nee, 2000 für 1000. Das könnte ich rein theoretisch machen. Es ist gar kein schlechter Deal. Ja, gib mal her. Gib mal her, damit ich das machen kann. Dann könnte ich mir vielleicht nämlich ein paar Kanon-Türme hier hinstellen. Ah, ich habe keine 300 Steine. Puh. Puh, puh, puh. Dann... Habt ihr Stein, denke ich mal. Nee. Ihr habt Stein. Wo ist denn mal Stein? Hier hinten wird bestimmt Stein, ne? Ja. So, und hier hinten hackt noch einer... Oh ja. Ja, mit den feindlichen Truppen werde ich jetzt auf jeden Fall fertig. Es wäre gelacht, wenn ich das nicht hinkriegen würde. Ich glaube, ich kann da schon mal so reinrennen. Ich habe den Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und wenn ich damit fertig bin, laufe ich mal hier oben rein. Weil das sieht aus, als ob ich damit fertig werden würde. Guck dir dieses Heer an, Alter. Das hätte ich nie irgendwie rekrutieren können. So, hier ist noch kein Mensch gespawnt. Ja, hallo. Ich erwarte euch. Ich bin fies. Sehr nice. Sehr nice. Könnten die ja nochmal Wehrpflichten? Falls ich selbst noch Soldaten haben will, mache ich das mal kurz so. Falls die Herren sich mal dazu aufraffen würden, irgendwie hier zu spawnen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die irgendwie krepieren. Wie gesagt, ich habe jetzt leicht die Karte geglitscht, dadurch, dass Tuga gestorben ist. Das ist leicht komisch. Ja, also falls es jetzt irgendwie wieder als... Falls er wieder ein NPC ist oder so und ich ihn dann ansprechen kann, will es noch mehr Truppen... Ja, geht jetzt nicht mehr. Also ich benutze erstmal die Truppen, würde ich sagen. Und dann versuche ich mir irgendwie ein eigenes Heer aufzustellen. Hier kommt kein Mensch. Na ja, egal. Ist ja auch egal. Die spawnen schon irgendwann. So, dann würde ich sagen, sie nehmen wir doch mal ein wenig weiter. Was könnte ich gebrauchen? Heureka. Heureka, Wehrpflicht. Oh ja. Ups. So, was denn? Ähm, ja. Stehendes Heer und so. Sollte ich schon... Ich habe ein wenig Rohstoffmangel hier. Die hatten mal Holz, weil Holz habe ich... Können die einen Stein... Nicht eine Steinmetzhütte bauen? Ich glaube, das wäre das, was ich jetzt irgendwie brauche. Irgendwie, dass ich schnell mal an Stein komme. Hier kommt mal eine Steinmetzhütte hin. Ich weiß nicht, wie viele Steinmetzhütte arbeiten. Na vier. Ähm. Sieht so aus, als müsste ich doch was bauen. Na, egal. Daran scheitert es ja nicht. Erstmal kriegen sie einen Bauernhof. Der kommt irgendwo hier hin. Ja, das ist sehr gut. Da könnte er hin. Hier kommt kein Mensch. Hm. Sehr komisch. Ah, die rekrutieren hier hinten auch schon Kanonen. Ah. Was machen die denn da hinten? Das sind die doch. Das sind diese Typen. Das sind die Pinken. Wenn du Wohnhäuser durchlaust. Es gibt nur die Häuser. So. Ja, das versuche ich gerade zu überheben. Und ein Wohnhaus. Das kann ja nicht unbedingt da hin. Immer diese scheiß Bäume im Weg. Na, wo kann das Ding denn mal hin? Das Ding kann mal... Das kann hier hin. Die müssen ja nicht allzu weit laufen dann. So, dann hacken die einfach mal weiter Stein, würde ich sagen. Ah, jetzt kommen sie. Oh nein, sie haben eine Kanone von mir zerlegt. So, das dürfte eigentlich leicht sein. Oh ja, das geht auch ganz schnell. Ja, perfekt. Wow, das ging besser, als ich gedacht habe. So, die rekrutieren da oben. Ist ja nicht schlecht. Ich wollte auch mal gucken, wie gesagt, dass ich hier oben mal reinrenne. Wie mache ich das am besten? Ich renne mal... Wie ihr... Rennt mal da oben hin. Ja, von wegen nachrekrutieren kann ich hier bestimmt nicht, ne? Naja, nee, kann ich nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das ablaufen würde, falls Tura noch leben würde. Ich habe absolut keine Ahnung. Dann laufe ich erstmal wieder weiter. Ich versuche auch, dass ich das irgendwie mit den Ballister-Türmen hier hinkriege. Das reicht nicht. Das kann ich jetzt schon sagen. Das reicht auch bei weitem nicht gegen das, was da aufgefahren wird. So, dann würde ich mal sagen, renne ich doch mal da rein. Ja, natürlich. Ich mache das... Ich sammle erstmal hier. Ich mache das mal strategisch und sammle erstmal. Aber es soll ja nicht wieder heißen, Sanna hat nichts drauf, ne? Was zwar die Wahrheit wäre, aber das muss ja nicht unbedingt sein. Also ich... Man kann ja auch mal taktisch planen, so nach dem Motto. Wenn ich dieses Dorf überrenne, wäre auch der Weg frei zu Helias. Vielleicht kriege ich ja für Helias auch noch Truppen. Hier hinten waren die Ballister-Türme, da sollte ich aufpassen. Ja! Nummer 1. Nummer 2. Nummer... Aua! Ja, nee, das lasse ich bleiben. Das lasse ich bleiben. Ja, natürlich. Rückzug! Oh, scheiß Dreck. Autsch! Ja, ich hoffe, ihr rennt mir nicht jetzt hinterher oder so. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Ja, hm. Geil. Das war jetzt nicht die beste Idee. Naja, ich hoffe, die rennen mal... Rennt doch zurück, ihr Idioten! Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Das ist so blöd. Ah, scheiß Dreck. Ja, ich... Den nehmen wir mal an, ich kriege keine Truppen zurück, ne? Äh, ja. Geil. Geil, geil. Das war jetzt ein kleiner Fuck-up von mir, ne? Egal. Egal. Ja, jetzt kommen sie nämlich schon wieder. Ich stelle die einfach mal, ich lasse die mal alle hier stehen und dann... Das hätte ich nicht machen sollen, das war sehr blöd von mir. Ich hätte... Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie mit so einer massiven Armeenfront hier ankommen. Ja. Also, wenn das auch der Fluss ist, von dem hier... Also, der hier hinten... Von dem da gesprochen wurde, dann... Ähm... Werde ich hier das wohl erstmal nicht kriegen. Ich wünschte, Tubor wäre nicht gestorben. Um ehrlich zu sein. Aber wir haben jetzt ein bisschen mehr Rohstoffe, würde ich sagen. Also... Könnte man jetzt was entbehren, warte mal. Ihr hackt mal Holz. Stein habe ich langsam genug. Und hier stehen bestimmt noch ein paar Leibeigener, ne? Kommt meine Ballisterturmfront mal... Zum Einsatz. Also, ich muss meine bauen. So, dann kommt hier mal... Also, das ist... Ich würde sagen, ich verteidige einfach nur, dass ich... Dass die bis hierhin gar nicht kommen. So muss meine Verteidigung aussehen. Ja. Wenig Holz habe ich irgendwie, ne? Sehr wenig Holz, würde ich sogar sagen. Benötigt flaschenzugig. Hm. Ja. Ja, ja. Schwertkämpfer. Schwertkämpfer. Was mache ich denn mal? Ich kann mich gerade nicht so wirklich entscheiden. So, die sind am Arbeiten, aber die hier hinten kann ich entbehren. Na, komm mal her. Und dann stelle ich nämlich mal ein Schmied neben diese Eis... Ach, ne, warte mal neben die Burg. Neben die Burg. Irgendwo hier bei der Burg. Hier, ne, nicht da. Kann man die hier irgendwo in den Wald setzen? Ach, ich hasse Bäume. Wer braucht Bäume? Greenpeace braucht Bäume, aber... Das ist was anderes. So, das kommt dahin. Ich ist auch nicht zufällig im Wohnhaus in der Nähe, was man... Puh, ja. Das war jetzt vielleicht sehr unschlau. Könnt ihr das Ding nochmal wegnehmen? Na, weg, weg, weg. Ja. Nehmt das Ding mal weg. Ja, natürlich seid ihr fertig. Ähm... Ne, wisst ihr was? Ich nehm euch mal... Ihr könnt das Ding mal wegmachen. Vielleicht reicht das ja. Ach so, die sind fertig. Wenn du mal, dann schicke ich die nochmal wieder zurück. Das Ding kann mal ausgebaut werden. Ha! Zu einem Ballisterturm. Dann sollte ich mit denen auch langsam mal fertig werden. Ja, wenn mich die anderen Feinde hier oben gar nicht angreifen, würde ich auch einfach mal sagen, ich renne da oben gar nicht rein. Aha. Die fahren... Die fahren aber ganz schön was auf. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, dann habe ich hier oben schon mal einen Ballisterturm. Die könnten mal reparieren. Wisst ihr was? Repariert mal. So. Und... Dann... Ich kann... Ne, kann ich nicht... Wo habt ihr die? Ach ne, die Schmiede ist noch gar nicht gebaut. Genau, so war das. Wenn die mal sich mal beeilen würden, wäre das sehr nice. Lehm und Stein. So, da kommen sie. Da kommen sie. Euer Dorf steht unter Beschuss. Oha. Oh! Holy moly! So, ich... Streitet voll... Oh! Wo meine Helden ja gar nicht mehr eingreifen. Oh doch, brauchen sie. Ja, natürlich. Na. Na. So. Der Sieg wird unser sein. Allerdings. Ja, die sind... Der ist weg, würde ich sagen. So, dann stellt ihr euch wieder hier hin. Und dann war's das. Weil ich sollte... Das hier sollte ich eigentlich, glaube ich, nutzen. Das wäre taktisch klug. Wenn ich das hier benutze, also dieses ganze Heer, um... äh... mich darauf vorzubereiten, selbst ein Heer aufzubauen, würde ich sagen. Also, dass ich dann das einfach nur zur Verteidigung benutze. Und, guck mal, den hier habe ich schon fast ausgelöscht und den hier nicht, aber... Na, ihr wisst schon. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020